Ein Big Mac Menü bitte. Für mich auch bitte. Große Pommes frites bitte. Einen Gartensalat. Und ein Krug bitte. Einen Shake bitte. Und für meine Burschen bitte ein Big Mac Menü, Gartensalat und Mineralwasser. Immer nach Wunsch, das neue Maxi Menü. Ein Burger plus zwei Beilagen nach Wahl. Zum Beispiel Gartensalat und Mehlshake oder oder oder. Ab jetzt bei McDonalds. McDonalds. I'm loving it. I'm loving it.